Ich bin sehr aufgeregt, weil ich mein Land repräsentieren darf. Ich komme aus einem Slum und jetzt vertrete ich Indien. Ein großer Traum geht in Erfüllung. Slumsogger ermöglicht mir, mein Talent zu zeigen. Das haben diese beiden Kids einem einzigen Mann zu verdanken. Vijay Barse aus Nagpur. Vor gut 20 Jahren startet der Universitätsprofessor eine Mission. So vielen armen Kindern wie möglich helfen. Und zwar durch Fußball. Das Fußballspiel ist eine Sache. Aber das Wichtigere ist, die Persönlichkeit der Kinder durch Fußball zu stärken. Diese beiden Sachen ermöglichen wir den Kindern. Und das ist auch der Grund für unseren Erfolg. Wir sind in Nagpur, Indien. Eine Stadt mit über 2,5 Millionen Einwohnern. 39 Prozent der Gesamtbevölkerung Indiens ist unter 18. Anders als bei uns haben hier aber nicht alle Kinder eine Chance auf Schule oder Studium. Sie leben mit ihren Familien in Slums am Existenzminimum. Doch wie kann Fußball dabei helfen, den Weg in eine bessere Zukunft zu finden? Das will uns Vijay heute zeigen und erklären. Auch mit 78 ist der ehemalige Hochschullehrer für Sport noch immer ehrenamtlich aktiv. Mittlerweile arbeitet seine gesamte Familie für die Organisation Slumsoccer. Gemeinsam mit seinem Sohn organisiert er die nächsten Projekte. Abishid Barse ist in die Fussstapfen seines Vaters getreten, um das Projekt weiterzuführen. Ich wollte nie Teil von Slumsoccer werden. Ich war sogar gegen die Organisation, weil ich überzeugt war, dass mein Vater seine Mühe für Kinder verspendet, die nicht mal anerkennen, was er da für sie tut. Ich war wirklich dagegen. Mit der Zeit veränderte sich langsam meine Einstellung dazu. Das ging nicht über Nacht, aber ich verstand, warum er das macht. Irgendwann merkte ich, dass jeder Einzelne die Chance haben sollte, Sport machen zu dürfen und ein normales Leben zu führen, einen Ball kicken zu können und sich als Teil eines Teams zu fühlen. Das alles ist mit Fußball möglich. Seit der Gründung im Jahr 2001 haben Vijay und Abishid weit über 100.000 Kindern zu einem besseren Leben verholfen. Über die Jahre bekamen die beiden dafür auch zahlreiche Auszeichnungen. Trotz all dieser Erfolge bleibt Vijay ein bescheidener Mann. Das ist doch keine große Sache. Wenn du dich entscheidest, eine Mission zu starten, akzeptierst du auch, dass es deine Mission ist. Dann steckst du auch all deine Kraft da rein. Was ich getan habe, ist für mich also nichts Besonderes. Aber ich bin natürlich sehr glücklich darüber, was wir alles erreicht haben und auf welchem Level wir heute arbeiten können. Nur deswegen seid ihr ja heute auch hier bei uns. Abishid will uns auf dem Fußballplatz zeigen, was die Kids hier lernen und wie Slumsoccer arbeitet. Dem 44-Jährigen und seinen ehrenamtlichen Mitarbeitern geht es nicht darum, den Fußball im Land weiterzuentwickeln, sondern jedes einzelne Kind durch den Fußball voranzubringen. Fußball ist für uns nicht nur ein Spiel. Es ist ein Angebot an Kinder, das sie täglich motivieren soll. Sie fühlen sich als Teil eines Teams. Denn manchmal haben diese Kinder keine wirklichen Freunde. Hier können sie Freunde finden und eine gute Zeit verbringen. Dazu versuchen wir, ihnen beizubringen, was wir als Skills für das 21. Jahrhundert bezeichnen, also Entscheidungen zu treffen, eine kritische Denkweise, Teamwork oder Kommunikation. In einer perfekten Welt lernt man das in der Schule, von den Eltern und Freunden. Wir stellen hier sicher, dass die Kinder eine Chance haben, das alles durch das Spiel zu lernen. Aber nicht nur das. Die Kinder lernen hier auch wichtige gesellschaftliche Aspekte, wie Gleichberechtigung von Mann und Frau oder Inklusion. Fussball schweisst die Kids zusammen. Auf dem Platz gibt es keine Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe oder Religion. Und genau darauf baut Slumsoccer. Denn in Indien spielen Geschlechterklischees noch immer eine große Rolle. Jugendtrainerin Isha Silade ist selbst im Slum aufgewachsen und weiß, wie hart es für Mädchen sein kann, Fußball zu spielen. Ohne Slumsoccer sähe ihr Leben wohl anders aus. Ich liebe es, wie man hier Kindern Sachen beibringt, wie man sie auf das Leben vorbereitet und ihr Selbstbewusstsein stärkt. Das alles funktioniert nur durch Teamwork beim Fußball. Wo ich aufgewachsen bin, gab es viele Verbote für mich. Ich durfte keine kurzen Hosen tragen oder mit Jungs spielen und nach 18 Uhr durfte ich das Haus nicht mehr verlassen. Es gab einige Herausforderungen in meiner Kindheit. Nur wegen Slumsoccer und der Unterstützung hier bin ich heute, wer ich bin. Zusätzlich erhalten alle Kinder kostenlosen Schulunterricht samt Schulabschluss. Die Grundvoraussetzung für ein darauf folgendes Studium. So bekommen auch die Kinder aus den Slums eine realistische Chance auf einen Hochschulabschluss und einen gut bezahlten Job. Ich komme aus einer sehr armen Familie. Ich weiß genau, wie sehr ein Kind leiden muss, wenn es in einem Slum aufwächst. Denn ich war auch mal Teil davon. Deswegen will ich ihnen auch helfen. Slumsoccer gibt es mittlerweile in ganz Indien. In 24 Bundesstaaten sind wir aktiv. Du kannst also ausrechnen, wie viele Kinder wir erreichen. Ein großer Einfluss? Definitiv. Durch Ehrgeiz und Disziplin hat es Vijay selbst aus der Armut geschafft. Heute will er anderen dabei helfen. Der vierfache Vater zeigt uns, wie er auf die Idee kam, die gemeinnützige Organisation zu gründen. Die Geschichte hat mit einem Baum zu tun, der mitten im Zentrum von Nagpur steht. Noch immer denkt der 78-Jährige gern an diesen Moment zurück, der nicht nur sein eigenes Leben für immer verändert hat. Es war ein regnerischer Tag und ich war auf dem Heimweg von der Arbeit. Um mich vor dem Regen zu schützen, stellte ich mich hier unter. Nach 10 bis 20 Minuten setzte ich mich. Dann habe ich etwas hinter mir gehört. Da drüben ist nämlich ein Slum und die Jungs dort haben gespielt. Mit einem kaputten Plastikeimer, den sie als Fußball benutzten. Den kickten sie rum und hatten dabei riesigen Spaß. Vijay wird in diesem Moment klar, dass die Kinder durch Fußball von schlechten Gewohnheiten und negativen Einflüssen abgelenkt werden. Gleichzeitig ist Sport gerade für Kinder sehr wichtig. Sowohl die körperliche als auch geistige Gesundheit profitieren nachweislich von Sport. Allerdings findet Vijay zu Beginn kaum Unterstützung. Durch seine Arbeit als Hochschulprofessor schafft er es, alle Ausgaben aus eigener Tasche zu finanzieren. Das waren sehr komplizierte Tage. Die Kinder glaubten immer an uns, aber sonst niemand. Die anderen dachten, ich mache das nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder daraus Profit zu schlagen. Ich scherte mich nie um deren Meinung, denn ich hatte mir ein Ziel gesetzt und das wollte ich erreichen. Ich wollte helfen und konzentrierte mich darauf. Einfach die eigene Arbeit erledigen. Mittlerweile finanziert sich die Organisation vor allem durch Spenden. Nur so können Vijay und seine Familie Kindern in ganz Indien helfen. Die Träume der Nachwuchskicker gehen alle in die gleiche Richtung. Ich will Profi-Fußballer werden. Vor Slumsoccer habe ich nie Fussball gespielt, aber jetzt will ich Profi werden. Ich wäre gern der nächste Cristiano Ronaldo. Einige kommen diesem Traum sogar sehr nahe. Denn jedes Jahr fliegen acht Jungs und acht Mädchen zum Homeless World Cup. Eine internationale Weltmeisterschaft für Obdachlose oder arme Kinder und Heranwachsende. Das ist immer ein besonderes Highlight auf dem Programm. Dieser 19-jährige junge Mann darf zum Homeless World Cup mitreisen, um sein Land zu repräsentieren. Badal Soren aus Kolkata hat noch vor drei Jahren in einem riesigen Slum gelebt. Heute trainiert er selbst Kids aus den Slums und arbeitet für die NGO. Ich werde Indien bald beim Homeless World Cup in den USA repräsentieren. Ich bin sehr aufgeregt, weil ich mein Land repräsentieren darf. Ein großer Traum geht in Erfüllung. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich jetzt in meinem Dorf leben würde. Vielleicht müsste ich als Arbeiter schuften. In meiner Heimat heiratet jeder schon mit 18 oder 20. Viel zu tun gibt es da auch nicht. Für viele der Kids in diesem Slum ist Badal nicht nur ihr Trainer, sondern auch ein großes Vorbild. Einmal das eigene Land bei einem großen Turnier zu repräsentieren. Für viele Kids ist das unvorstellbar. Slum Soccer wird mittlerweile sogar vom Fußball-Weltverband FIFA gefördert und unterstützt. Die Arbeit der NGO schlägt hohe Wellen. Im letzten Jahr wurde Vichais Geschichte sogar als Bollywood-Streifen verfilmt. Ich bin wirklich keine berühmte Persönlichkeit. Wer hat dir das erzählt? Der Held des Films ist der Schauspieler. Und der ist auch berühmt. Aber nicht Vijabarsi. Aber nicht Vijabarsi. Ich bin und bleibe am Boden der Tatsachen. Vijabarsi ist nicht irgendwo hier oben. Ich bin genau da, wo die Kinder auch sind. Nur wenn ich mich mit ihnen verbunden fühle und weiß, woher sie kommen, kann ich gute Arbeit leisten. Dank Vijai und seinem Sohn haben schon über 100.000 indische Slum-Kinder einen Weg aus der eigenen Perspektivlosigkeit gefunden. Slum Soccer holt Kids nicht nur von der Straße. Sie lernen auch wichtige Skills, um in der Zukunft ihr eigenes Glück zu finden.